Ihr Lieben, die Arguments des Discord-Kanals Apostolische Kirche haben mich gebeten, über ihren Kanal zu erzählen. Der Kanal wird von gläubigen orthodoxen Christen mit dem Segen eines Priesters betrieben. Im Kanal gibt es Trades zu verschiedenen Themen, von Fragen zum orthodoxen Glauben bis zum persönlichen Austausch, die Möglichkeit, sich persönlich unter orthodoxen Christen kennenzulernen. Hier kommt das Vorstellungsvideo des Kanals. Schaut rein und schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Austauschen und dich mit Gleichgesinnten vernetzen. Auf unserem Server findest du eine Fülle von Ressourcen, darunter PDF-Dateien, Diskussionen und noch viel mehr. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, direkt mit anderen Mitgliedern zu telefonieren, um tiefergehende Gespräche zu führen und gemeinsam zu wachsen. von Ressourcen Vissern